ich begrüße euch neue folge stardew alley es regnet und das heißt wir müssen eigentlich so ziemlich nix hier draußen machen oh du bist fertig weil die ganzen pflanzen hier fertig sind also was ja wir müssen jetzt noch das ganze zeug sehen was wir gestern bekommen haben so hier das war vielleicht ein bisschen schlecht gesetzt aber ich war voll überfordert von den pflanzen was das ist für welche sind deswegen so gut da kommen die restlichen jetzt noch hier hin und war noch ein 4x4 fällt für die restlichen hier und wir haben wir haben wir haben play gefunden sehr schön so perfekt gut ja gießen müssen wir nichts weil es regnet logischerweise so dann machen wir ein bisschen ordner würde ich sagen und können das ganze krass dann hier mal weg machen und so ach ja das können wir auch verkaufen theoretisch und da bestimmt ganz viel ertrag draus machen ja definitiv von gras so ich würde sagen wenn wir heute mal zeit haben hier weil es regnet machen wir ja was weiß ich erkunden mich hat ein bisschen oder so so dass krass wie auch ich habe auch noch hier den staff zum post da ok zum reinschmeißen uses and crafting and construction ok dann behalte ich das erstmal wir haben auch bald das passende gold für für unseren wundervollen neuen rucksack so wir können jetzt theoretisch auch noch ein paar neue samen und sowas kaufen theoretisch so hallo brauche ich eigentlich nichts davon ich wollte nur gucken ob ich mit dir reden kann aber kann ich nicht das war das gerade nichts wo meine leiden ist ein bild vom herz das sieht so aus es ist wahrscheinlich nicht so gut idea to stick your hands in der it's full of used syringe sturdy swabs and nozzles hat harvey stuck into people's ears alles klar so ähm ja heute ist samstag da arbeit wahrscheinlich fast keiner oder so halb hier auf ja das ist ja sehr schön wir haben uns noch gar nicht richtig vorgestellt if you find any white product äh äh products genau produce i'll take it off your hands for a reasonable price price ja so plant dieses spring zwölf tage ist ein bisschen zu viel sechs tage tulpen ach komm mal ein paar tulpen kaufen wieso nicht die kann man einem schönen mädchen schenken die tulpen ja so was war hier noch mal nachher hier war das haus genau wer wohnt hier haus genau ah du haus genau okay da wohnt penny alles klar ich wollte ja auch eigentlich mal wo sind die karte der magda blacksmith der schmied das bürgermeisterhaus saloon rower road harvey's klinik willow lane das meine farm community center hier oben aber noch nie glaube ich fragezeichen 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 wo sind jetzt eigentlich wo ist jetzt eigentlich ähm wizards tower alles klar wo ist jetzt eigentlich sag ich zum dritten mal das 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 ding da von robben da robben carpenter shop dann sollte ich mal nach ganz oben gehen da wollte ich nämlich auch mal hin zu robben komm ich von dir nach da oben sieht doch sieht so aus hier waren wir auch noch nie blischen thomas das hier das rathaus oder so es lockt alles klar oh das erinnert ich erinnert so ein bisschen an zelda so ein feld voll oh guck mal ein spielplatz war mir schon mal irgendwie es kommt mir bekannt vor so ein feld voller grasbüschel ich brauche meine map nochmal ähm das ist das community center okay aber wir müssen noch weiter hoch okay sehr schön so wir haben uns bestimmt auch noch nicht allen bei robben da in diesem haus vorgestellt da haben ja ziemlich viele gewohnt oh hier ist eine blume daviddle können wir auch mal ein mädchen schenken ähm so hallo robben äh wood stone basic window small window skull poster aha purple officer chair model ship manicured pine kalender budget tv wooden ray prazier recipe ah ok rezepte für irgendwelche crafting dinger ne davon würde ich eigentlich nicht so wirklich one of robins axes na wer geht's robin our house isn't such a beautiful area don't you think upgrade ah ja upgrade house construct farm buildings hau K au k o o k pr aux Haus for barn during animals provides a place for you to refill your watering can. Wir haben doch schon Dings. Allow you to cut and store grass for... Ah! Okay. Dann sollten wir das nicht wegschmeißen. Copper Bar konnten wir uns beim Schmied kaufen. Ähm. Stone könnten wir theoretisch bei dir kaufen, aber das ist... Nein, das ist dumm. Das ist dumm. Dann hacke ich ihn dir auf meiner Farm ab. Das war jetzt dumm von mir. Kann man auch Clay bei dir kaufen eigentlich? Oder eher nicht so? Oh, das kann man auch noch gar nicht wieder. When the trains I have a good... Doch, das ist kein mehr stimmt. Können wir Clay bei dir kaufen? Clay, ich glaube nicht, oder? Nee. Erkennen wir dich schon? Greetings. I'm Demetrius, local scientist and father. Thanks for introducing yourself. Wir haben bestimmt bald alle Leute. Oh, schade. Tür war aber auf. Das ist doch doof. Lots of soda. Alles klar. Ah, da geht's noch nach unten. Ah, da ist der Typ. Sebastian. Okay. Und hier haben wir ein Teleskop. Sehr, sehr spannend. Kann man hier rein. Schade. Was haben wir hier noch? Railroad. Okay. Gucken wir uns mal oben, was es hier noch so schönes gibt. Es ist echt witzig, diese ganze Stadt zu erkunden und sowas. Gehen wir jetzt hier wieder zurück? Nee, hier wollen wir noch gar nicht, glaube ich. Ah doch, das ist unsere Farm hier. Das ist ja spannend. Und dann können wir gleich mal ein paar Steine klopfen, würde ich sagen. Moment. Ähm. Jetzt habe ich ein Loch gemacht aus Versehen. Mit was? Ach, Pickaxe, genau. In Harvest was ein Hammer und hier war ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Deswegen war ich gerade verwirrt. Deswegen dachte ich, es geht in der Hacke. Aber geht es halt nicht. Was ist das hier? Keines aufsammeln. Nein, essen will ich da eigentlich nicht. Ich will nur wissen, was das ist. Dann packe ich die Deffete da in die Box rein. Weil ich wissen möchte, was da liegt. Wahrscheinlich ist das Kohle, äh, Kohle. Kohle, oder? Kann das sein? Ach, geh weg. Jetzt haben wir schon wieder dieses Gras hier. Ach, geh weg. Ähm. Ah, hier. Ach, ja. So. Kohle, sag ich doch. Was, fand ich alles, macht nur rauszufinden, was was ist. So. 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 Hier gilt jetzt schön viele Steine auf unserer Farm. Ich muss auch dran denken, dass ich noch was pflanzen wollte. Im Endeffekt. Die wunderschönen Tulpen. Das mache ich dann gleich erstmal, glaube ich. Bevor ich hier alles zerkloppe. Oh, das war krass. Das war kein Stein. So. Ach, ja. Und noch ein bisschen Kohle. Sehr schön. Noch ein bisschen Kohle. Sehr schön. Gut, und das reicht, glaube ich, erst mal, wenn ich hier so viel gemacht habe. Ist doch noch lange nicht genug Stein, aber trotzdem reicht es. Erstmal, glaube ich. Trotzdem mache ich noch weiter. Ja, wenn ich jetzt hier oben noch Staff habe, dann mache ich das auch. So. Und die restliche Energie benutze ich jetzt dafür, ähm, das zu, das zu pflanzen. Die, die, die Tulpen. So. Ich habe jetzt auch alles hier voll ohne irgendeinen Plan gemacht. 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles so voll planlos und voll hässlich. Sehr schön. Und die restliche Zeit kann ich jetzt nur damit verbringen, Sachen zu zuhaken. Falsches wird das Falsche. So. 62, 63. 63. 63. 63. 64. 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 Lasst uns das öffnen am nächsten Tag dann. Hoffentlich denke ich dran. Okay, ich würde sagen, das war es dann für heute von Stardew Valley. Im nächsten Part machen wir dann hier weiter. Wir haben ein bisschen Stuff hier bekommen. Ja, 92, voll okay. Bis zum nächsten Mal, ciao. Euer Vero. Tschüss. Tschüss.